hallo willkommen zu toymovies1 spielzeugfilme ich habe für euch hier fünf majorette autos also crash cars autos die kann man kaufen und zwar kostet glaube ich eine 2,99 oder so und ja zu diesen stunt heroes habe ich ja schon paar videos gemacht da habe ich euch den parkhaus gezeigt und ein paar andere rennauto strecken ja dazu die autos hier wie ihr seht gut dann packen wir die maus so das erste hier ich glaube da war noch irgendwas mit bei so eine karte hier was ist das gucken wir mal ah so eine cool schaut mal so wenn ich das bisschen bewege ok das ist diese eine rampe ich weiß die fire wie hießen die jetzt fire drop irgendwie sowas cool das auto dazu cool so das nächste so sieht das aus ab 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 wieviel jahren ab 3 mal schauen ist das gleiche karte ach hier sieht man das gelbe auto kann man hier sehen so sieht der gelb aus richtig coole räder so hier ist noch so ein gummi dran cool 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 so das nächste oh ich blute da habe ich mich ja hier geschnitten hier ein bisschen aber ist nicht schlimm so hier sehen wir das blaue auto und zwar das hier startposition wo ist das da und dann okay so das blaue auto nummer fünf drauf ein paar flammen hier so cool so dann haben wir hier das hier der sieht auch cool aus auch noch mal hier das bild so und dann so cool das letzte hier ist ein truck roter truck cool das letzte hier ist ein truck roter truck hier sind immer solche gummi muss man dann ab machen die stoppen glaube ich die räder damit sie sich nicht bewegen so sieht das ganze aus natürlich sind das dann drei teile einmal hier das glas hier und so kann man zeige ich euch mal hier glaube ich hier kann man das sehen so dann macht man die so zusammen zack gut so wenn ihr euch fragt warum hier ihr seht ja im hintergrund zwei kinder da sind ein von angie und lewis von angie und lewis kinder kanal wenn ihr die mal besuchen wollt oder deren videos mal anschauen wollt dann könnt ihr hier oben auf diesen link der jetzt hier erscheint drauf klicken und dann kommt er zu deren videos könnt ihr die mal abchecken ok gut das war's wenn das video euch gefallen hat macht einen daumen hoch abonniert uns und bis zum nächsten mal tschüss ok ja ok 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 Vielen Dank.